Hallo, ich heiße Steam Sama und bin 23 Jahre alt. Mein Name ist Nurlan Mirzahil, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin am VfG Stuttgart in der Innenverteidigung. Ich spiele in Deutschland nicht, aber ich spiele in der Gegend. Ich bin gebürtig eigentlich aus Kamerun. Ich bin aus Afghanistan. Wie ist deine Zeit in Deutschland? Wie findest du es? Äh, ich spreche in Englisch, ja. Meine Frage ist, wie ist dein Leben hier in Deutschland? Es ist total anders. Was waren deine ersten Eindrücke? Ja, wenn ich in Deutschland kam, die Polizei kam. Die Polizei war sehr respectiv. Sie hatte einige Fragen. Dann kam ich in Bielefeld. Die Polizei bringt uns in Bielefeld. Ja, wenn ich die Gebäude und die Menschen sehe, sie sind total anders. Und die erste wichtige Sache ist die Regeln. Sie wissen, wir haben Probleme in Afghanistan. Und hier, danke Gott, wir sind sicher. Jetzt. Also in Kamerun habe ich mit meinem Großvater und meiner Großmutter gelebt. Bis zu meinem achten Lebensjahr, das, was mich bewundert hatte, wo ich vom Flughafen Düsseldorf rausgekommen bin, sind die Hochhäuser hier in Deutschland. Ich habe mir immer vorgestellt, wie kann man solche Häuser bauen, die einfach 30, 40 Meter einfach hoch sind. Wie machen die das? Für mich war auch ganz komisch, halt rumzulaufen. Und es ist halt keiner, der die gleiche Hautfarbe hat wie ich. Weil ich habe halt nur Weißen gesehen und ich schon ganz anders. Aber mir war es klar, hier ist mein Land jetzt. Kamerun ist Vergangenheit, da komme ich her. Jetzt bin ich hier mit meiner Familie. Ja, ich kann es nur sagen, das Leben von Kamerun auf Deutschland zu sehen, für mich die Unterschiede sind halt Disziplin und Struktur. In Deutschland habe ich gelernt, dass du gerade sein musst. Rausgehen in Deutsch, Fragen in Deutsch. Is someone there helping you to learn German? I speak with my friends on football teams. Du willst sehr, sehr schnell Deutsch lernen. Lernen, ja genau. Du musst Kontakt mit Leuten. Du musst Kontakt mit Leuten. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Nee, ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann.